Moin und ahoi, mein Name ist der Füllkopf, fahler von Marmolkoff & Eckelmann Immobilien hier in wunderschönen Hamburg. Wissen Sie, wie mein Arbeitstag aussieht? Der ist gerne gespickt mit bis zu 100 Telefonaten, mit einem Dutzend Besichtigungen in der ganzen Stadt und der Abstimmung mit 25 Mitarbeitern. Und am langen Ende geht es auch nur darum, zwei Parteien zusammen zu bringen, zum Notar zu führen, sie glücklich zu machen, indem sie eine wertvolle Immobilie erwerben. Und bei uns geht es dabei nicht darum, immer höher, schneller und weiter zu sein, sondern uns geht es um 100% zufriedene Kunden.